Hallo zusammen zu meinem neuen Video. Wenn ihr auch Anleger in China-Aktien seid, wisst ihr, dass wir eine schwierige Zeit durchmachen mussten. Angefangen hat das Ganze noch, als Trump Präsident war und das ganze Hin und Her, das es gab, bei der Handelskrieg-Debatte. Vor kurzem wurde dann auch noch angedroht, chinesische Aktien von amerikanischen Börsen und Handelsplätzen zu verbannen, da wichtige Standards nicht eingehalten wurden. On top gab es dann auch noch Unruhen im eigenen Land. Die Regierung von China möchte mehr in die Megakonzerne eingreifen und die Kontrolle ein Stück weit zurückgehalten und Regulierung schaffen. Dann verschwindet zu guter Letzt auch noch einer der Gründer solch eines Unternehmens und zwar Jack Ma von Alibaba, nachdem er sich gegen das chinesische System ausgesprochen hatte. Es bleibt also spannend. Doch auf der anderen Seite bin ich stark von China überzeugt. China ist eine Weltmacht. Wenn nicht früher oder später sogar die Weltmacht. Ich erwarte, dass China die nächsten Jahre, ja ganze Jahrzehnte in der Wirtschaft den Ton angeben wird. Immer mehr Innovation, Technologie und Fortschritt kommt aus China. Es macht also durchaus Sinn, diese stürmischen Zeiten zu nutzen, um sich in China zu positionieren, um langfristig davon zu profitieren. Dieser Meinung ist übrigens auch ein YouTube-Kollege von mir und zwar Benedikt vom Kanal Finanzfokus. Wir haben uns deshalb zusammengetan und jeweils unsere Top 3 China-Aktien ausfindig gemacht, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Kurszettel hat. Schaut nach meinem Video gerne mal bei seinem Channel vorbei. Neben seinen drei spannenden China-Aktien hat er auch weitere hochqualitative Videos zum Thema Vermögensaufbau, Aktien und Finanzen. Bevor wir mit meinen drei Titeln loslegen, lasst mir gerne noch einen Like oder Kommentar für den YouTube-Algorithmus da. Über ein Abo freue ich mich auch immer. Vielen Dank und jetzt geht's auch schon los. Die erste Aktie, die ich euch mitgebracht habe, heißt Kangoo. Kangoo wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai. Man beschäftigt mittlerweile 3200 Mitarbeiter, wovon die meisten in der Firmenzentrale sitzen. Der Gründer und CEO ist Jianzuan Lin. Gründer geführt ist Kangoo also schon mal. Pluspunkt an dieser Stelle. Kangoo wird von namenhaften Kapitalgebern supportet. Es ist zum Beispiel Sequoia Capital an Bord. Diese haben einen großen Namen in der Venture-Capital-Szene. Sie haben unter anderem in Unternehmen wie Google, Nvidia, Klana oder Paypal investiert und das in einem sehr frühen Stadium. Auch Tencent und das chinesische Uber Didi Chuxing haben eine größere Position in Kangoo. Für Didi stellt man die Carsharing-Autos, die Finanzierung der Fahrzeuge und die Versicherungspolizen. Damit habe ich euch schon grob verraten, was Kangoo macht. Sie stellen eine Plattformlösung, mit der sie Autohäuser, Autokäufer, Banken und Finanzierungsdienstleister und andere Parteien wie zum Beispiel Versicherungen verbinden. Man ist eine Go-To-Plattform für Transaktionen und Käufe rund um das Automobil. Der Umsatz wird hierbei aus drei verschiedenen Quellen generiert. Das Segment Automotive Financing Facilitation stellt knapp 70% vom Umsatz dar. Hier werden Autofinanzierungen zwischen Autokäufern und Banken hergestellt. Das Segment Aftermarket stellt Services nach dem Kauf bereit. Hier verbindet man zum Beispiel die Versicherungen mit den Autokäufern. Das Segment Transaction ist mit 10% Umsatzanteil das kleinste, wächst aber auch am schnellsten. Hier möchte man den wirklichen Verkaufsabschluss beim Autokauf digitalisieren, was vor allem kleinen Autohäusern sehr viel Arbeit erspart. Besonders profitiert man aktuell von der Elektromobilitätsbewegung. Durch Boni und Zuschüsse von der Regierung werden aktuell viele Neuwägen verkauft. Durch das Partnernetzwerk, das sich Kangoo über die Jahre aufgebaut hat, ist man gut positioniert. Man stellt zum Beispiel Finanzierungen für alle Tesla-Händer in ganz Shanghai. Da das Gründerteam von Kangoo größtenteils ehemals aus dem Bankwesen stammt, hat man mit den Finanzierern ebenfalls starke Partnerschaften. Die größten Kreditinstitute wie die WeBank oder MyBank sind in Kooperation mit Kangoo. Bei der Technologie der Plattform hat man Tencent als Kooperationspartner, was ich ebenfalls sehr stark finde. Hier links seht ihr übrigens in schwarz das Logo LI. Das ist das Logo von Li Auto, einem Autobauer aus China, an welchem man neben einer Kooperation auch 2,2% der Anteil erhält. Bei uns eher unbekannt ist Li Auto aber mittlerweile der größte Verkäufer von SUVs in China. Das wird später noch eine große Rolle spielen, wenn wir uns die Zahlen des Unternehmens anschauen. Man könnte im Grunde genommen sagen, Kangoo ist eine ähnliche Plattform wie zum Beispiel Autoscout oder mobile.de wie bei uns in Deutschland. Ein Punkt, bei dem man sich aber stark abgrenzt, sind die Services und die Technologie dahinter. Man ist nämlich nicht nur eine Webseite, die einfach nur Anzeigen zusammenstellt. Zum Beispiel im Bereich der Transaktionen hat man eine eigene Handelsplattform geschaffen, bei welcher die Autohändler auf Knopfdruck Autos bei den OEMs bestellen können. Bei den Finanzierungen stellt man ebenfalls nicht nur einfach den Kontakt zwischen den Kreditgebern und den Autokäufern her. Nein, der Mehrwert bei den Finanzinstituten ist viel mehr. Kangoo prüft nämlich mit AI und hochkomplexen Algorithmen das Risikoprofil des Käufers und wertet die Ausfallrate des Kredits aus. Im Bereich Aftermarket überwacht Kangoo den Zustand der Autos mit einer eigenen Software, um so frühzeitig Schäden erkennen zu können. Wie gut diese Technologie bereits funktioniert, sehen wir hier. Während man oben in Grau im Durchschnitt Wochen benötigt, bis man einen Autokauf durchgeführt hat, mit mehreren Papierformularen, Wartezeiten, bis man einen Kredit bekommt und Verträgen aufsetzen, dauert es bei Kangoo lediglich einen halben Tag. Man verifiziert die Person mit Gesichtserkennung, checkt die Kreditwürdigkeit mit AI und der Vertrag wird digital über die Plattform abgeschlossen. Ein weiterer Punkt, der mir sehr gut gefällt, ist die Vernetzung innerhalb der Autoszene in China. Warum glaubt ihr macht ein Tesla oder eine andere Elektroautofirma eine Kooperation mit Kangoo? Weil diese bisher noch nicht im Markt vertreten waren und die Kontakte nicht haben. Über Kangoo erreiche ich als Autobauer direkt 46.000 Händler in 350 chinesischen Städten. Die Plattform aggregiert also lauter lokale Anbieter über eine zentralisierte Plattform. Der Covid-19 Impact ist übrigens ebenfalls mehr oder weniger vorüber in China. Die Autoverkäufe sind bereits im Oktober wieder auf ähnlichem Niveau gewesen wie Anfang 2020 und im Q1 diesen Jahres sollen sie diese sogar übertreffen. Das sehen wir auch an den Zahlen von Li Auto. Li Auto konnte nämlich 6100 Autos alleine im Dezember absetzen und ist damit der meistverkaufteste Elektro-SUV in China. Kommen wir aber nun zu den Zahlen von Kangoo. Der Umsatz ging die letzten Jahre stark nach oben. Der Automarkt ist zyklisch. Deswegen gibt es auch mal ein Plateau wie von 2017 auf 2018 oder auch mal einen Rückgang. Aber das ist die Natur des Automarktes. Wie ihr seht gab es ebenfalls jedes Jahr einen Überschuss. Die Firma ist also bereits profitabel. Die Wachstumsraten können sich sehen lassen. Während man von 2018 auf 2019 im Umsatz um 30% gewachsen ist, war es beim Profit sogar 40%. Die Margen mit 62% können sich ebenfalls sehen lassen. Auch 2020 scheint wieder ein voller Erfolg gewesen zu sein. Im Q3 konnte man erneut um 30% im Umsatz wachsen, worauf die Aktie stark angesprungen ist. Q4 will die Firma laut Management Forecast 750 Millionen Ramp Mini umsetzen. In 2019 waren es nur 400. Das entspricht einem Wachstum von 75% Year-over-Year beim Umsatz im vierten Quartal. Das Wachstum zieht also an. In US-Dollar umgerechnet wäre das übrigens ein Jahresumsatz von 250 Millionen. Die Aktie ist noch nicht lange an der Börse, aber konnte schon einigermaßen zulegen. Aktuell ist die Firma 1,2 Milliarden US-Dollar wert. Wenn wir den Umsatz, den wir gerade berechnet haben, von 256 Millionen nehmen, kommen wir auf ein günstiges Kurzumsatzverhältnis von 5. Für mich ist das günstig, wenn wir das Wachstum von 75% im Q4 bedenken und dass die Firma schon deutlich profitabel ist. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, woher der Kurssprung hier kam. Wie bereits erwähnt, hat Kangoo 2,2% der Anteile von Lee-Auto gekauft und das in einem sehr frühen Stadium. Der aktuelle Wert dieser Beteiligung wurde nun erstmals in der Bilanz geupdatet. Alleine diese Beteiligung ist um ganze 270 Millionen US-Dollar gestiegen. Selbst wenn man diesen Einmaleffekt rausrechnen würde, wäre im Q3 das Net Income um ganze 72% gewachsen. Durch den hohen Gewinn erlaubt es sich Kangoo übrigens jetzt schon in den Dividende zu zahlen, obwohl man eigentlich eher ein Wachstumstitel ist und in den Umsatz reinvestiert. Man schüttet aktuell 25 Cent pro Aktie aus, was immerhin eine Dividendenrendite von 3,3% auf den heutigen Kurs ergibt. Ich fasse nochmal zusammen. Der Automarkt ist nach dem Immobilienmarkt der größte, den es überhaupt gibt. Und das auch noch in China, einer der größten Mächte der Welt. Man ist digital aufgestellt, hat deshalb sehr hohe Margen. Supported wird man zudem von Tencent, dem chinesischen Uber und Weltklasse Venture Capital Firmen. Selbst hat man auch noch eine Fantasie mit der Lee-Auto-Beteiligung dabei. Obwohl man schnell wächst, profitabel ist und eine Dividende zahlt, ist man nur 1,2 Milliarden US-Dollar wert. Definitiv ein sehr spannender Titel aus zweiter Reihe. Der nächste Titel, den ich euch mitgebracht habe, ist Viomi. Hört sich ähnlich an wie Xiaomi. Ist es aber nicht. Tatsächlich haben die Titel aber doch noch etwas gemeinsam, wie wir später sehen werden. Xiaomi kennt mittlerweile wohl jeder. Xiaomi hat ein ganzes Ecosystem aus Produkten geschaffen und ist in allen Branchen und Bereichen vertreten. Xiaomi kooperiert hier mit verschiedenen Firmen, meist aufstrebenden Startups. Xiaomi stellt die Infrastruktur, die Marke und die Vertriebswege. Für die kleinen Firmen hat das natürlich große Vorteile. Jedoch haben sich vereinzelnd auch Ecosystemfirmen prächtig entwickelt und sind mittlerweile eine große eigenständige Firma. Ein Kandidat ist mir hier genauer ins Auge gestoßen. Viomi ist eine Aktie aus dem Xiaomi-Ecosystem im Bereich von Smart Home und Elektronik. Viomi wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangdong in China. Man beschäftigt etwas mehr als 700 Mitarbeiter, die meisten am Hauptstandort. Gründer und CEO ist Xiomping Chen. Gründer geführt ist Viomi also auch. Check. Übrigens war Xiomping davor in mehreren Führungspositionen bei Midea, einem chinesischen Marktführer für Haushaltsprodukte, also ebenfalls sehr wichtige Erfahrungswerte. An der Firma Viomi hält er immerhin 35,9%. Wirklich sehr großes Skin in the Game. Der CEO ist also an der Erschaffung von Shareholder Value interessiert. Wieder ein Pluspunkt. Im Shareholder-Register taucht aber auch wieder ein alter Bekannter auf, und zwar Sequoia Capital. Wie schon bei Kangoo ist hier der bekannte Star-Investor dabei. Eine weitere größere Position hält Xiaomi selbst. Xiaomi kauft nämlich gerne von seinen Ecosystem-Partnern größere Aktienpakete, bevor man ihnen dann hilft, stark zu skalieren. Viomi sagt dazu, dass es sich hierbei um Win-Win handelt. Viomi bekommt Zugang zum Ecosystem, den Kunden und den Daten. Xiaomi wird dafür als Brand bekannter, hat mehr Produkte im Angebot und hat mehr Cross-Selling-Potenzial. Angefangen hat das Ganze, als Viomi ein Startup für smarte Wasserfilter war. Xiaomi hatte investiert, um gemeinsam den Mi Smart Water Purifier auf den Markt zu bringen. Dieser war ein voller Erfolg in ganz Asien und hat Viomi zu unglaublichem Wachstum verholfen. Übrigens sieht man als Otto-Normalverbraucher nicht, dass das Produkt nicht von Xiaomi selbst produziert wird. Die Produktion ist komplett in den Werken von Viomi. Die Entwicklung, Technik, Produktion ist alles eigenständig. Lediglich im letzten Schritt beim Verpacken kommt dann das Xiaomi-Label oben drauf und es wirkt so, als wäre Xiaomi der direkte Hersteller. Viomi hat die Chance und den Push durch Xiaomi genutzt. Man hat sich neben dem Wasserfilter immer mehr aufgebaut und auch andere eigene Produkte ins Sortiment aufgenommen. Dadurch wurde man Jahr zu Jahr unabhängiger von Xiaomi, was sich sehr positiv werte. Der Split hat sich seit 2019 eingependelt auf ca. 60% eigene Produkte und 40% Xiaomi gebrandete Produkte. Von den Produkten selbst her ist der Wasserfilter und weitere Entwicklungen nur noch mit 10% im Umsatz vertreten. Das größte Segment macht mittlerweile 70% und zwar der Bereich IoT, also Internet of Things und Smart Home aus. Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen in die Produkte und das, was man anbietet, ist wirklich smart und es steht nicht nur oben drauf. Die Produkte sind mit Technologie vollgestopft und das finde ich wirklich beeindruckend. Wenn wir von einer smarten Dunstabzugshaube sprechen, dachte ich erst, dass man diese vielleicht mit Alexa an- oder ausmachen kann oder ähnliches. In der Viomi-Dunstabzugshaube sind jedoch mehrere Kameras und Sensoren verbaut, die genau erkennen, wo wie viel Dampf geerzeugt wird und kommt und welche Lüfter genau eingeschaltet werden müssen, um den perfekten Sog zu erzeugen. Das Ganze ist flüsternd leise und wird von einer AI-Software gesteuert. Die Produkte beschränken sich aber nicht nur auf Küchenelemente. Man hat fast für jedes technische Gerät im gesamten Haushalt eine eigene IoT-Version auf den Markt gebracht, welche alle miteinander funktionieren und gekoppelt werden können. Das ist schon richtig futuristisch. Vorteil von der Strategie ist das Cross-Selling-Potential. Wenn ich schon den Kühlschrank von Viomi habe, kaufe ich mir wahrscheinlich auch gleich den passenden Herd dazu oder gar ein Wohnzimmerprodukt. Viomi macht das geschickt, indem sie alles als Bundle anbieten. Ähnlich wie Chiaomi hat Viomi dieselbe Strategie. Hochtechnologische Produkte mit neuester Technik, aber zu unschlagbar günstigen Preisen. Das Smart Home Küchenset hier zum Beispiel kostet nur 9.999 Yuan, was etwa 1.200 Euro entsprechen. Durch die Xiaomi-Partnerschaft hat man auch leichten Zugang zu den gängigen E-Commerce-Portalen und Shops wie zum Beispiel Tmall oder JD. Interessant ist auch, dass viel mit Influencern geworben wird. Das Werbegesicht vom neuesten Luftreiniger ist zum Beispiel Yang Mi. Die kennt man hier kaum, ist aber eine wirklich bekannte Sängerin und Influencerin aus China. Die Produkte von Viomi gibt es aber auch bei uns in Deutschland zu kaufen. Bei Lidl zum Beispiel den Staubsaugerroboter oder den Wasserkocher bei Chibo. Einfach mal darauf achten, was der Hersteller ist. Richtige Zukunftsmusik ist bei Viomi neben IoT und AI noch 5G. Man deckt also viele spannende Felder ab. Und zwar arbeitet man energetisch daran, all seine Geräte mit 5G auszustatten und hat sogar eine eigene Software-as-a-Service-Plattform für die 5G-Smart-Home-Netzwerke entwickelt. Man bleibt also am Puls der Zeit. Gefällt mir sehr gut. Kommen wir nun zu ein paar Zahlen. Die Anzahl an Haushalten mit Viomi, hier links dargestellt, wächst stark. Was ich aber noch besser finde, ist die rechte Grafik. Hier seht ihr die Anzahl der Haushalte, welche mindestens zwei oder mehr Smart-Home-Produkte haben. Diese steigt auch an. Was heißt das genau? Naja, das heißt, dass die Kunden nicht nur ein Produkt von Viomi kaufen, sondern immer mehr Kunden gleich mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, mit dem Komplettset oder Systemgedanken. Das Ganze schlägt sich auch im Umsatz nieder. Umsatzkurve geht von unten links nach oben rechts stetig hoch. Perfektes Szenario. Kontinuierliches Wachstum bei schon vorhandenem Gewinn. Das Wachstum von 2018 auf 2019 war mit 81% sehr stark. Von 2019 auf 2020 wächst man mit 30%. Schätzungen sagen, dass sich das Wachstum die Jahre danach einpendelt bei ca. 20% pro Jahr. Die Firma hat genauso wie der Aktienkurs an sich wenig Aufmerksamkeit bekommen. Die Marktkapitalisierung von Viomi beträgt aktuell gerade einmal 390 Millionen US-Dollar. Bei einem Umsatz von 870 Millionen könnt ihr euch vorstellen, wie lächerlich gering die Bewertung ist. Kursumsatzverhältnis ist bei 0,5. Selbst wenn wir den erwarteten Gewinn des nächsten Jahres nehmen, kommen wir auf ein KGV von nur 8,5. Und das für einen schnell wachsenden IoT- und AI-Software- und Hardwarehersteller aus dem Haushaltsbereich, der auch noch viel in die Richtung 5G macht und auch noch durch Xiaomi supportet wird. Die letzten Quartalszahlen waren ebenfalls super stark. Der Umsatz ging nicht nur 20% hoch, sondern um ganze 40%. Die Marge stieg ebenfalls. Das Ganze war sogar besser als erwartet. Sowohl beim Umsatz als auch bei den Earnings per Share konnte man positiv überraschen. Und das im Corona-Jahr, wo man denken würde, die Chinesen geben weniger für teure Haushaltselektronik aus. Kurzes Fazit. Viomi ist super günstig bewertet, wächst ordentlich, ist profitabel und hat mit Xiaomi einen starken Partner an seiner Seite. Die Aktie ist in meinen Augen aktuell ein super China-Nebenwert. Wie ich auf meine dritte Aktie gekommen bin, möchte ich mit einer kurzen Geschichte beginnen. Oftmals hat es sich rentiert, die China-Gegenstücke zu den westlichen Marktführern zu betrachten. Wenn wir Tesla anschauen und dann zum Beispiel in NIO oder BYD investiert hätten, hätten wir große Erfolge erzielt. Wenn wir neben Amazon in Alibaba investiert hätten, hätten wir große Erfolge erzielt. Diese Strategie habe ich übrigens schon bei Shopify und Lemonade gemacht. Ich habe mir die zwei China-Gegenstücke, die deutlich günstiger sind, ins Depot geholt. Ich habe mir neulich Gedanken gemacht, welche Firma aktuell auf westlicher Seite extrem gehypt wird. Bei uns ist das Trade Republic, welche sehr ähnlich sind zum Mega-IPO Robinhood, welches in 2021 an die Börse gehen will. Ich habe also das chinesische Robinhood gesucht, einen günstigen und digitalen Broker. Und ich bin fündig geworden. Die nächste Aktie, die ich euch vorstellen werde, heißt Futu Holdings. Futu wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong. Der Firmensitz ist zwar in Hongkong, aber die Kunden sind über ganz China verstreut. Ich zähle das also noch zu einer China-Aktie. Ich hoffe, ihr verzeiht mir hier. Futu beschäftigt 560 Mitarbeiter, welche vom CEO Leif Hua Li geführt werden. Leif war vor der Gründung ein hoher Manager bei Tencent. Er war tatsächlich der 18. Mitarbeiter bei Tencent und hat das Unternehmen mit aufgebaut. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Tencent der größte Aktionär mit knapp 30% an Futu ist. Und oh, was haben wir denn da schon wieder? Sequoia Capital. Das dritte Mal in Folge in diesem Video. Das ist übrigens wirklich Zufall. Ich habe die Unternehmen zuerst ausgewählt und danach erst gesehen, dass Sequoia an allen drei beteiligt ist. Futu spricht mit seinem Broker eine junge zahlungswillige Zielgruppe an. Diese hat man stark an sich gebunden. 98% der Kunden blieben Futu in 2020 treu. Das Flaggschiffprodukt von Futu ist der Broker Futubull. Futubull ist einfach gesagt ein digitaler Broker, wie zum Beispiel Trade Republic oder Robin Hood. Nur mit einigen an China angepassten Features. Zum Produkt muss ich glaube ich nicht viel sagen. Das checkt jeder. Man kann Aktien, ETF, Anleihen und so weiter kaufen und bekommt Sekunden aktuelle Daten und Informationen zum Börsengeschehen angezeigt. Spannend finde ich, dass der Futubull Broker die Plattform NiuNiu geschaffen hat. Hier können User gemeinsam live Quartalsberichts-Livestreams ansehen, sich über Aktien austauschen und Tipps teilen. Fast wie ein Börsenforum integriert in einen Broker. Es ist wie ein Facebook gemischt mit einem Trade Republic. Die Leute haben einfach Bock, sich über Aktien auszutauschen und zu chatten. Man kann sogar Schulungen über die Plattform besuchen, zu verschiedenen Finanzthemen. Das Ganze heißt dann NiuNiu Classroom. Der Broker wurde auch in die USA ausgerollt. Hier heißt die Plattform Moomoo. Ist mehr oder weniger dasselbe Ding, nur für den amerikanischen Raum. Es gibt zwar eine Desktop-Version, aber die mobile Version ist das Hauptprodukt. Hier kann man optimiert an Smartphone alle möglichen Analysen, Kennzahlen, Kursverläufe oder Informationen nachverfolgen und durchfiltern. Der Hauptvorteil von Futubull ist ähnlich wie bei unseren Freebrokern, dass keine Gebühren auf den Kauf und Verkauf erhoben werden. Das ist natürlich nur möglich, da man ein reiner Online-Broker ist mit technologiebasierten Systemen. Kommen wir nun zu ein paar Zahlen. Der Umsatz, hier in Schwarz, entwickelt sich traumhaft und stetig nach oben. Die Margen sind hoch und profitabel ist man auch schon. Auch in 2021 und 2022 soll die Reise munter weitergehen. Die letzten Quartalszahlen waren ebenfalls richtig stark. Im Q3 konnte man die Anzahl der zahlenden Kunden um 136% auf fast eine halbe Million User steigern. Insgesamt hat man mittlerweile 10 Millionen Kunden. Der Umsatz stieg um 272% auf knappe 1 Milliarde Hongkong-Dollar, was 120 Millionen US-Dollar entspricht. Der Gross Profit ging 300% hoch auf 100 Millionen. Die Aktie hat sich an den guten Zahlen orientiert und läuft stetig nach oben. Mit einer Marktkapitalisierung von 8 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von 314 Millionen kommen wir auf ein KUV von 25. Billig ist das nicht, aber man muss sagen, dass der Zielmarkt und die Story mit Futu stimmig sind. Wenn die Firma weiterhin so wächst, wird man schnell in die Bewertung reinwachsen. In Summe einer tolle Aktie meiner Meinung nach. Das war es also, mein Trio von China-Aktien aus zweiter Reihe, welche ich aktuell super spannend finde. Die Aktien sind teilweise nur in der New York Stock Exchange gelistet oder über ADRs erhaltbar. Wie immer, keine Anlageberatung und immer eine eigene Recherche machen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär. Vielen Dank.